Da sind wir in Stormwind angekommen. Kann ich jetzt meine Quests abgeben die ich vorhin vergessen habe. Dann in Goldshire vorbeigucken wegen zwei anderen Quests. Oh, das ist das Mount, das ich später auch mal haben werde. Das Dread Steed. So, das ist ein Zwergendistrick, müsste das sein, wo ich die Quests abgeben kann. Stockades. Die Stockades sind noch ein bisschen zu hoch für mich. Welches Level ist der? 25, ja. So, Mitte 20 muss man sein. Man kauft Leder. Jetzt habe ich noch das leichte Leder. Eine Quest kann man hier vorne abgeben. Das ist aber die, die ich noch nicht erfüllt habe, weil die halt außerhalb der Instanz ist. Das ist unpraktisch für mich. Das andere jetzt gar nicht hier. Mal nachlesen. Undergrown, Sword, Gnome, Sprechle, Sprocket, Shoni the Silence. Shoni the Silence? Ist auch da hinten, okay. Ich habe auch recht gehabt. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt hier nicht falsch bin. Natürlich bin ich nicht falsch. Wie immer, alles richtig gemacht. Schön, dich zu treffen. Hi. 16,9. Shadow Damage. Nehmen wir ja trotzdem mal. Tausend schon mal XP. Einmal kurz nach Goldshire und dann kann ich den Hearthstone benutzen, um zurückzukommen. noch schön Reputation bekommen, die jetzt im Moment noch keine große Rolle spielt. Später dann ist es schon durchaus wichtig. Jetzt bin ich in der Ecke fest. Nein! Ich weiß nicht, wo man gut aus dem Wasser kommt. Hier. Darkshire, was war das andere noch für die South Quest? Darkshire kommen wir eh erst noch hin. Thunder Bruhama. Stormwind. Achso. From Stormwind. Cast of Mellow from Stormwind. Kann ich erst abgeben, wenn ich Darkshire habe? Dann muss ich irgendwie nochmal gucken, wo man das hier kaufen kann. Irgend so ein Weinladen. Guck mal, vielleicht laufen wir ja zufällig vorbei. Everyday Merchandise. Apotheke. Käse. Trias Käse. Visitor Center. Jetzt nicht das direkt gesehen. Wir müssen diskutieren, ob wir Classic dann nochmal um ein neuer Content kommt. Das ist nicht ganz klar, wie das verlaufen wird. Erstmal bleibt es jetzt so mit dem Content, den sie angekündigt haben in den nächsten Content-Wellen. Und ob sie dann irgendwann dann die alten Erweiterungen irgendwie hinzufügen und was in der Richtung machen. Oder ob sie einen ganz neuen Weg gehen, dass sie praktisch Classic vom normalen WoW abtrennen und dafür getrennte Inhalte nochmal machen. Was glaube ich mein... Das wäre mir glaube ich am liebsten, wenn sie neuen Content für Classic WoW machen würden. Und durchaus so ähnlich. Das RuneScape wird immer so ein bisschen als Vorbild genommen, weil es dann eine ähnliche Entwicklung gab, mit der RuneScape sich entwickelt hat. Und dann haben sie auch so eine Art Classic-Version gemacht und die dann getrennt weiterentwickelt mit einem anderen Fokus halt. Und das wäre was, womit ich mich durchaus glaube ich anfreunden könnte, wenn sie da dann irgendwie... Ja... Eigenen Content und vielleicht auch noch ein paar Veränderungen durchaus mal. In den Klassen kann man durchaus weiterentwickeln, dass die irgendwie... Da ist ja auch nicht immer alles 100% das Beste gewesen früher. Es gab ja auch schon durchaus positive Entwicklungen in WoW. Und man muss nicht die Gleichentwicklung machen, als man sich nochmal Gedanken macht über... Über Klassen und Klassen-Balance und Abilities und so. Aber vielleicht mit einem anderen Fokus. Das könnte ich mir vorstellen, dass das erfolgsversprechend wäre. Das wäre so, was ich mir wünschen würde. Grüße. 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 Ich denke, ich bin hier von Goldshire. Aber von wem denn da? Ihr gibt mir dann hier jetzt das Richtige. Der Butscher ja wohl nicht. Was Neues lernen? Crab Cake. Gold Clams, ein Silber. So, dann möchte ich das erst aufmachen und dann brauche ich noch frisches Quellwasser. Coyote Steak, guck mal was wir sonst noch machen. Dafür brauche ich das Murloc Auge. Ach guck, ich kann hier was grünes machen. Vielleicht gibt es noch mal einen Skill Punkt dafür. Leider nicht. Dafür leider auch nicht. Hier im Keller doch bestimmt, hier kriege ich das doch bestimmt. Ich habe noch einen Demon Train, aber wir können mal gucken, ob es etwas Neues gibt. Level 18 bin ich jetzt erst geworden. Ich hole mal den Voidwalkern, sehen wir mal, ob ich das schon kann. Wenn ich das doppelt kaufe, das ist immer noch total unpraktisch, wie das hier funktioniert. Torment, was ist das jetzt hier? Consume Shadows. Consume Shadows kann ich noch gar nicht, dann wird es aber nicht verkehrt sein. Muss ich für die Quest hier irgendwie selber abfüllen oder bekomme ich das von jemandem? Warlock Trainer, kann ich vielleicht noch etwas Neues lernen noch? Curse of Agony, Traum, das war jetzt mal gut. Searing Pain, das brauche ich jetzt noch nicht. Eine 15 Silber, ich will jetzt hier trotzdem melden. Create Minor Soul Stone, das ist gut. So, das ist nämlich mal wichtig. Den Soul Stone. So, erst noch Curse of Agony austauschen. Gegen den höheren Rang. Wie viel erhöht das ich? 180 Shadow Damage. 84, oh, das ist aber ein ganz schöner Anstieg. Sehr gut. Curse of Agony haben wir gelernt. Miner Soul Stone haben wir gelernt. Da machen wir uns auch gleich ein. Conjured Items disappear if locked out for more than 15 minutes. Endlich ein Soul Stone! Und Immunology, das heißt Destruction, haben wir Searing Pain gelernt. Das ist wahnsinnig Mana ineffizient eigentlich. 45 Mana für 1 zu 1 ungefähr. 30. Also, gut, so was mit dem Curse of Affliction. Äh, Curse of Agony kann es eh nicht mithalten. 50 Mana für 130. Das ist 55 Mana für 90. Immolate immerhin noch. 45 Mana für 64 Schaden. Was hat ein Shadow Boat? 70. Aber Shadow Boat ist sogar schlechter in dem Fall. Shadow Boat ist schlechter als Searing Pain. Das ist halt wie gesagt 34, also bis 43. Im Idealfall 1 zu 1 Mana. Der Nachteil ist, dass es halt viel Bedrohung, viel Threat aufbaut. Aber im Moment ist der Shadow Boat ja wirklich schlechter. Der macht 70 für 52 bis 61. Aber im Schnitt macht das nicht so, oder? Der tauscht jetzt aber im Moment trotzdem aus ein bisschen besser als Searing Pain tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Und ich habe noch keine Talente, die jetzt irgendwie groß... Oder? Da haben wir doch vor, dass der eine Talent ist. Ist doch nur auf Schatten, oder? Suppression? Ne, Affliction Spells. Achso, das ist aber allgemein Affliction, das ist nicht Schatten. Das heißt, das ist relativ wurscht. Hier haben wir irgendwie anscheinend einen Zuschauer. Jetzt habe ich so einen Account gemacht. Können wir mal winken. Hallo. So. Ähm. Christian Mount of Elf, Restored by your Hellstone. Das ist die Geschichte. Wir können mal eben das Buch noch lernen. Hier. Für den... Für ihn hier. So, was hat er jetzt als neuen Spell? Was sind Consumed Shadows? Achso, dann heilt er sich. Geht aber nicht... Kann er sich immerhin hochheilen. Oh, es geht nicht in... Im Combat. Okay. Ja, ja, ja. Ist ja ganz nett. Sowas... Achso, das ist mit dem Moonshine. Das wollte ich noch gucken. Da steht halt nur... Sweet Rum in Goldshire. Da steht nicht, wo ich das herbekomme, ne? Von denen nicht. Ich dachte, dass es hier vielleicht im Keller ist. So. Ich denke auf ein andermal wieder. Ist ja auch okay. Wenn das halt hier nicht ist. Dann bringt das ja nicht so viel. So. Kann man ein bisschen Shit verkaufen. Das braucht man nicht. Das braucht man nicht. Den Soulstone haben wir jetzt. Aber muss das noch benutzen? Ich war nicht mehr ganz sicher, wie das funktioniert. Kann man nicht im Inventar haben. Das braucht keine. Das braucht keine. Wo war der andere Fisch? Ich bin auch irgendwo Fisch bekommen vorhin. Ach da. Ein bisschen Platz im Inventar schaffen halt immer. So. Dann müssen wir den Soulstone noch. Ach da hält auch nur 30 Minuten der Buff. Das ist ja auch nicht aufgepasst. Stand wahrscheinlich da. Ich habe es nicht richtig gelesen. So. Jetzt können wir aber die eine Quest abgeben hier. Ich habe noch ein bisschen über Roleplay gesprochen. Das ist ja schon ein Roleplay-Server. Das heißt jetzt nicht, dass alle nonstop Roleplay machen. Aber prinzipiell findet das dann schon stark mit manchen Events. Allgemein sind die Leute vielleicht ein bisschen mehr interessiert dran. Oder verhalten sich mehr in Charakter. You need something. So. Wir haben jetzt noch vier. Oh guck. Von den Schwarztrachenwelpen sollen wir ein paar Schuppen einsammeln. Die sind da oben. Und was ist das hier? Roots and Mystics. Ah das ist da oben. Sind wir verringen können. Ich habe vorhin scheinbar übersehen. Dann haben wir auch wieder ein paar Quests. Machen wir einfach mal. Underbelly Scales zum Beispiel. Banging of Knolls. Was ist da oben? Oh. Oh. Spotted Sandfisch. Die vier Sachen können wir so angehen. Ich will aber wieder oben anfangen, weil es direkt an der Stadt ist. Das heißt wir verhauen die Drachen. Wir verhauen ein bisschen die Knolle. Und wenn jemand anders noch das gleiche macht, können wir ruhig mal wieder eine Party machen. Und dann. Ich kann nicht da sehen, wobei die Baum sind. So da haben wir auch eine Quest für die Black Worms. Jetzt mal ein bisschen Searing Pain. Damit werde ich ziemlich schnell Akku ziehen. Zehn Ecks sollen wir sammeln. Okay. Der hat schon mal keine dabei gehabt anscheinend. Wie das halt immer so ist. Roots and Mystics. Oh. 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 Ich hab noch den Soul Stone. Den wir halt zum Einsatz. Ah. Das war knapp. Ja das war aber trotzdem ein bisschen schwierig jetzt, sollte ich mal behaupten. Well, ich hab jetzt nur einen ich frage mal ob die zusammen questen wollen die scheinbar jetzt eher bei den 26 schulker laufen ziemlich weit weg also die knolle hier vorne haben sie anscheinend nicht so auf dem zettel die welt anscheinend ist zwar kein problem auch wenn er natürlich wieder mal keine schuppen dabei hatte gucken was hier so rumläuft bei der sägemühle da haben wir noch mehr von denen welche spinnen aber auch noch mehr von den drachen er gehabt echt habe ich übersehen dann ist noch kurz gedacht irgendwie habe ich dann doch gedacht sondern doch nicht steht ja auch da habe ich nicht aufgepasst die sind gar nicht die ich brauche die knolle sind eigentlich okay zwei stück sind auch noch okay aber drei sind echt zu viel zwei sind schon gefährlich weil ich in dem gebiet viel nicht so gut nutzen kann also ich kann die nicht einfach halt in der gegend rumschicken weil dann laufen die noch in andere camps mit rein und pullen dann mir so ganzen haufen auf einmal dann habe ich ein richtiges problem damit zieht man wirklich schnell akromizieren ich habe schon gesehen dass das kein stoffgürtel ist da unten sind auch noch knolle oder sonst gehe ich dahin da habe ich glaube ich das leichtere gebiet das sind ja nicht so hochlevelig ich frage mit dem hier nein da war schon zwei dort drauf ihr blöden fucker bloß weil die dort immer so ein tick brauchen aber wo kommt man zurück ich will nicht zu viel auf einmal wer ist das auch noch falsch ich bin ich jetzt komplett falsch einfach das ist lustig wenigstens hallo kann so ein bisschen akku ziehen ich muss anscheinend nein jetzt soll ich auch den einzigen mystic weg den basher will ich da überhaupt nicht genau die falschen jetzt haben wir da dann noch ein mystic alleine sieht so aus das ist auch bei denen ganz gut das ja relativ egal ich will ihnen schnell loswerden bevor sie auch heilt zwischendurch ich will nicht mehr zurückziehen weil ich ja auch ein bisschen da draufhauen ich will nicht mehr zurückziehen weil ich ein bisschen draufhauen Das ist ein Mystiker, die Mystics brauche ich. Ist das da oben ein Alpha, das sind alles die Falschen, was soll das? Wir sind hier vorbeischummeln, was haben wir da, Basher, Basher, ich bin hier völlig im falschen Gebiet. Komme ich an dem vorbei, was ist das für eine, auch Basher, das ist ein Mystiker, der steht ja mit in der Party, äh, mit in der Party da in dem Gebiet. Jauler, das ist glaube ich irgendeine Quest noch, die man da erledigen muss. Hm. Der ist schon bei Yauda, das kommt irgendwann später dann. Da war einer allein, müssen wir jetzt umgucken. Vielleicht wird immer zu viel auf einmal erwischt. Ja, die Dreiergruppe da, die lassen wir auch mal bis alleine. Der macht aber so eine komische Patrouille da immer, der Spinne. Erstmal den. Das ist ja ein Basher, den brauchen wir eigentlich nicht. Ich glaube, der pullt immer die anderen mit. Der pullt die irgendwie immer mit, deswegen, ne, da haben wir nochmal ein Mystiker, hoffen wir in der richtigen Seite kommen. Ja, da kommt vielleicht so eine Party von denen. Hm. Ja. Mmh. Ja. 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 das kommt alles erst später das kommt alles erst später aber hier diese Brutes zu finden unten sind dann noch die Murlocs da brauche ich noch ein bisschen Level für Gathosok hier unten sind dann noch mehr von den Drachen und da hinten welche von den Ogern Yay blessing zehnmal, das ist gar nicht so schlecht ich kann keine Buffs groß verteilen hier werden auch schon die Drachenwelpen gefarmt Feuerspells zwei von sechs unten sind mystics und boots sind bin ich gar nicht ganz sicher wobei ändern sind die blessings hat leider nur fünf minuten und da hinten die lillefee und da sind noch die da sind die 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 murlocs für die sunfish ist noch die feierst du durchgekommen war trotz immer mal drauf mir geht es schon wenn ihr noch ein bisschen unter mir im level sind dann sowieso so ein schulker oder evis ein viscerade sehr kreativer name für den schurken was weiß ich glaube ich kann hier unten lang doch schon ein bisschen zu weit sind ja keine keine knolle mehr ich dachte eigentlich dass ich auf mega hier gesehen hätte jetzt gehen wir kurz zu den murlocs laufen ein bisschen im kreis und wir sind ganz gemütlich gerade alles so alles auf einem haufen ich muss ein bisschen von denen welche umhauen ich muss ein bisschen murlocs umhauen ich muss ein bisschen knolle umhauen irgendwas wenn irgendwas davon in der nähe ist verhau ich das einfach wir haben noch rested was nicht so schlecht ist das heißt ich kriege auch mal doppelte xp der akku hat gar nicht aus solchen gründen auch immer aber jetzt tut das ok muss er sich ein bisschen heilen tight calling tight calling so so finish me doing all Auf den die drei Dots packen. Der soll jetzt eher in den Dot sterben. Ops, jetzt haben wir den nächsten hier noch. Ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt aber ein bisschen aufpassen. Wir haben hier alle zu schnell spawnen, warum ich der nächste. Aber es sind sogar auch mehrere hier unterwegs. Dass ich nicht alleine gegen die kämpfen muss. Wenn die halt ungünstig respawnen, wie man gerade gesehen hat, dann kann es schon mal gefährlich werden. Wenn die so klein ist, ist es immer sofort der Kopf unter Wasser. Das ist bei größeren Charakteren tatsächlich besser. Wir haben jetzt alle keine Sporte Zahnfisch. Eigentlich habe ich hier deswegen verhauen, weil ich ein bisschen was von dem gefleckten Sonnenfisch haben wollte. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Und mal ein 3 von 6 von den Schuppen haben wir schon. Als nächstes, dann mache ich jetzt mich auf den Weg mal wieder darüber. Ich glaube, da sind hinten noch mehr Knolle. Dann werde ich ein bisschen gucken, dass ich hier die Brutes und die Mystics finde. Unterwegs halt bei Drachen. Umhauen. Mit dem Sunfish. Einfach nebenbei. Man findet schon immer wieder genug Murlocs, die man einfach nebenbei umhauen kann. Dann gehe ich das als nächstes an. Du bist einfach gemütlich jetzt hier vor mich hin. Quirst du mal super rund. Ganz entspannt. Können wir die Zeit nutzen, falls ihr in den Chat noch entscheidende und wichtige Fragen habt. Weil wir hätten immer ein bisschen Zeit für den Chat, wenn da was ist. Wir freuen uns ein bisschen über Roleplay oder die Unterschiede zwischen Classic und so gesprochen. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dann. Beim gemütlichen Questen.